und mein Wort zogen und Karten nur auf das Leben hier ist um und hier ist irgendwo und viel Köln und drei Prozent Prozent weiter alt scheiß ich hab die Haaslips vergessen es hat er nicht verhält es muss hier so er ist jetzt ist er der Klasse Blatt wenn wir zum Grund geschaut ist durch Stimmt Äh, jetzt probieren wir noch schnell Half-Slaps holen, weil die über dieses komische Ich Hose, ich Hose Ey, lol Ey, du bist grad voll durch die Hose Ich hab's gemerkt, weil ich Hose Holz-Half-Slaps, ne? Äh, irgendwie sind gerade ganz viele Creeper von unserem Haus Geh ja nicht raus Na wie denn, steh vor Klaus Ich hab die Tür aufgemacht und einer ist drin Ha Geh weg Danke So Wo war die Leute weg? Ah, ich so ein paar, ich so ein paar, mit Optifine ran Ja Geil Ja Das an die Scheibe, lass an die, an die Seiten auch noch freuen Fenster machen, oder? Da ist es hier wenigstens ein bisschen Guck mal hier raus, ey, so Hä? Ist noch überflügt? Ne, hier sind die Hä, was machst du denn? Ne, das hier draußen rum auch nur Ah Und hier oben drauf müssen die auch noch, ne? Ja Diese komischen So hier Äh Half-Slaps, drüben noch eine Und bam So Sieht doch schon mal episch aus, ne? Na, ich glaube, es ist nicht so ganz Symmetrisch? Ja, wir hätten ja nach drüben noch eins machen müssen, ne? Ja, dann mach mal Also das hier muss nochmal ab Das hier auch Und dann muss das bis Hierhin Genau Und jetzt Scheiße, der Fallschule So Dann hier ist drauf und jetzt hier So So Warte, hier muss noch weg Hier Das wird jetzt, der kann sich immer schön rumransehen mit dem Optifine Genau Von dir kann es ganz 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 auch schön let's play anfangen hier Hier guck so, F1 und dann So Ob das einen Sinn machen, will hier auch noch so ein Fenster rein zu machen Das wird auf jeden Fall besser aussehen Glaub ich Ähm 1 1, 2 an der Seite freigelassen Ne, man muss 1, 2 Und so Ich guck der vor, bei Bauen zu Beim Optifine oder was? Ja Aber was geht los, Alter? Hallo Alter Nee Fail Ähm Zapp, zapp Fall ist denn das? 2, 4, 5 1, 2, 3 4 Hallo Hahaha 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 Ey, Wieser, dich gegen Hallo Ja, dann hätt's eigentlich in Hallo zurückkommen müssen, ne, nur mal so nebenbei Ja, ne Ja, doch Ja, doch Als Mull So Ja Ey, sie werden gedacht, das hässliche Bett hier, das ist so schwul hingesetzt Das ist Pjörn seins Ja Das ist so fällt hingesetzt, hier So relativ muss das hier irgendwie noch, ne, warte, hier vorne muss das auch, warte mal ne, hier vorne muss das auch, warte mal Hm, nein, nein, muss ich nochmal um einen Synchronen machen Ne, ich weiß nicht, dass ich weiß, was hier noch fehlt, und zwar ц, geht abweg, so auch gar nicht gleich weit nach vorne das kann so aufgefallen gehen das weiß jetzt nicht die Dachhilfen sind nicht gleich noch und ist es nicht schlimm 2 3 4 5 1 2 3 4 5 ich weiß was ich hier mache und zwar wir brauchen auch hier Dings was ja dann müssen wir unten gehen und die Fenster auch noch anders ziehen damit die symmetrisch sind zueinander naja wieso mal gucken wie weit das Eisen hier unten ist damit zweit weiß ich dir du jetzt immer nicht trauen so so äh ja so ähm Sand Sand gibt's auch eine Kiste so das hier kann doch eigentlich weg oder ja das kann man und so er macht jetzt um noch mal Klaas ich wäre dafür wir bauen jetzt hier und noch so einen anderen Keller oder bestimmt werden sein es ja guck ich weiß jetzt wo ich bin ein Zinsatz hier so alle hast du jetzt unten rein oder was nö guck doch mal hier so ist perfekt warte wo denn siehst du gleich wenn du rauskommst ich hab mir auf jeden Fall die da unten hier noch eins weitermachen die Fenster wenn wir die mit den oberen da übereinstimmen welches Bett ist das hier eigentlich keine Ahnung bis zum Knobchen denn da so viele Betten das 4 5 1 also von hier oben sieht es er von hier unten sieht es auf jeden Fall schon mal Schauer ja weil wir sind die nicht gleich lang guck doch mal hier ist Ende das und es müsste ich ja bis es ist ich habe mich abrufen ja ich nicht es hat mir glaschen wie in der Sitz er hat Köln es gibt es da reingeflogen bist Scheiße, ich nehme nicht auf. Nicht? Doch. Klar nehme ich auf. Ups. Ja, so muss man sich fühlen, wenn man nicht aufnimmt. So, scheiße. Ah, hier unten, das ist, ähm, fertig zum Ernten. Geh mal ernten. War mir so lange weg, ja? Ja. Unglaublich. Das hier, hallo. Oh, hallo. Ey, hör jetzt auf, ich bin gleich down. Ja, ich glaube, wenn ich dich noch einmal mit dem Bogen treffe, bist du tot. Ja, ne, ist klar. Wie viel Herzen hast du noch? Drei. Ja? Ja, dann bist du dauernd, wenn ich dich jetzt noch einmal treffe. Äh, gib mir mal ein bisschen von den, aber auch Weizen. Ich gebe die Hälfte hier. Ja, genau, die Hälfte. Ja. Ich hab noch 30. Ja, ich hab' ich einen, 30. Warte. So. Ich hab' aber das eigentlich immer so lange, bis das hier reif ist. Ich sag ja nur, Mädchen sind wie Obst, sind hier reif, ist der Wurm drin, ne? Ja. Ah, übrigens haben wir hier jetzt, äh, wieviel Schweine? Zwei, vier, sechs Stück. Ich hab' ja noch sieben. Ich hab' ja noch mal Spaß, nicht gleich weinen. Das hat Kevin gesagt. Guck der unseres Sendungen, naja, oder? Nö. Okay. Er gibt doch noch nicht mal seine. Ja. Klar. Er will sich hier wahrscheinlich gar nicht angucken. Ja, das glaub ich auch immer so, mein Gott, was so schlechte in Letztenwesen. Ja, es ist die Slime-Bolls. Alter, wie viel Eisen, guck dir mal, wie viel Eisen wir haben. Episch, gell? Hast du grad's Glas ausgenommen? Ich bräuchts mal. Da. Thank you. Yes. Okay. No, no. Stone Slabs hab ich noch zwei. Muss nochmal runtergehen. Oh. So. Wir haben jetzt hier 27. Weed. 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 Hast du dir wohl gleich ein Brot draus gemacht? Weed about Rex, weißt du? Hast du dir gleich ein Brot draus gemacht? Na, na. Nicht? Irgendwie hautert ihr aber nicht hin, von der Synchronität, wenn ich das so mal. Ja, irgendwie nicht, ne? Weil die Dächer, die sind so dünn, ne? Stums. Hier dieses Slabs drüber. Die hast du ja hier gemacht, bis da, ne? So. Ich gebe dir jetzt mal nach Schott, okay? Ja. Ich gebe dir jetzt mal nach Schott. Die bleibt sich trotzdem. Was machen wir denn jetzt hier hin? Wo? hier vorne so wie komisch diese erhebung hier ja lass doch einfach hier dinge zu machen noch so ein ding ne treppe einfach ja kommen müssen wir das halt einfach so lassen keine ahnung zu messen ja irgendwie sie das wirklich kommen obwohl da drüben ist es auch fast so alt nie ist klar dass es doch nicht im kronen ist wenn die haushälften auch nicht im kronen Sinne ja das habe ich mir auch als habe ich auch haushälften dabei ist er ja nicht gebaut gehabt das weiß ich nur ja das weiß ich auch noch wie sieht das denn jetzt aus alter ich glaube wir müssen erst mal auf die rechte Hälfte des haus noch mal komplett abreißen von wenigstens was zu tun hallo ich sage das noch mal erst wieder wenn du dann vom Urlaub wiederkommst nie das machen wir nicht jetzt weil jetzt ist gleich Aufnahmestopp und so weischt ich brauche mich hier fest ich brauche mich hier fest ja komm mal auf komm 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 haha nein nein Alter, was machst du? Hallo. Hallo. Au. Lol. Lol. Ich kann dich nicht mehr hauen. Nein. Ah. Darf ich wieder draufkommen? Ist dein Surfer. Ne, warte, ich muss jetzt erst noch schnell das... Ey! Oh, 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 oh. Ich muss erst noch wieder das Fertigziehen hier. Das ist komisch. Das machen wir nicht, wenn ich wieder aus dem Urlaub da bin. Was? Das machen wir während des Urlaubs, weißt du, ich, 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 ich... Ich kaufe mir doch dort einen Computer für dort. Ich bin doch der Fabio, weißt du? Ey, komm, nein. Du bist der Pian, weil Pian nimmt sein Laptop immer mit in... Ja, der nimmt sein Laptop ja mit. Ich kaufe mir dort einen neuen, weiß der extra jetzt für die zwei Wochen? Wie so ein Eimer Computer, weißt du? Ach so, okay. Das, das mache ich, ja? Komm mal dort ein und dann irgendwann verbrenne ich den dann dort. Genau. Ja, ich würde erst mal sagen, das war's für diese Session wieder. Ich glaube, ich schreibe, bevor mein Flugzeug am Frankfurter Flughafen startet, schreibe ich jetzt mal so richtig fett bei Facebook, ne? Am Frankfurter oder hier BF3 zog und dahinter mache ich hier Frankfurter Flughafen. Genau. Ja, ich würde das mal sagen, das war's für diese Session oder Aufnahme. Genau, und da würde ich einfach sagen, bis in der nächsten Session oder Aufnahme. Ist es nach dem Urlaub? Was? Die nächste Session. Ich denke mal schon, ne? Ja, dann wünsche ich euch eine schöne Zeit, ne? Ja, genau. Und nochmal danke für, dass ihr unsere Videos guckt und, ja. Für 52 Abonnenten, ne? Jo, und dann schöne zwei Wochen. Jo. Let's Plays kommen weiter und, jo, bis dann. Bis dann.